An der Wall Street wird ein Gespenst, immer konkreter nämlich das Gespenst der Stagflation, also eine Wirtschaft, die nicht mehr wächst, aber gleichzeitig bleibt die Inflation sehr weit oben. Wir haben die CPI-Daten gesehen, Verbraucherpreise, Erzeugerpreise. Wir haben heute Daten gesehen, wo die Preiskomponente wieder sehr heiß ist, aber der Index eigentlich sehr, sehr schwach. Also Stagflation und das in einer Situation, wo die Leute total euphorisiert sind und es vor allem die KI-Euphorie ist, die die Kurse treibt. Und eins muss man sagen, es gibt da ein paar Marketinggenies in den USA, die im Goldrausch den Goldsuchern die rosigste Zukunft versprechen, aber eigentlich wahrscheinlich nur ihre Schaufeln verkaufen wollen. Ich denke da an den Nvidia-Chef dazu gleich mehr. Und so sind alle in diesem rosa-roten Boot und möglicherweise ist jetzt der Zug schon längst abgefahren. Nämlich der Zug, der hofft, dass die Zinsen schnell sinken, die Zinserwartung. Oder die erste Zinssenkungserwartung, die verschiebt sich immer weiter nach hinten. Bisher konnte man das ignorieren. Heute am Verfallstag wird das ein bisschen schwieriger. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ich kriege das Video zu Ende. Bin ziemlich angeschlagen, ganze Familie krank, aber ich habe am Wochenende Zeit, mich zu erholen. Und hier sehen wir, die Bank of America sagt, der Rush to US-Stocks ignores Stagflation Risk. Und man zeigt, dass Öl seit Jahresbeginn besser gelaufen ist als der nächste. Hätte man irgendwie nicht gedacht. Und vielleicht muss der gute Shirumi dann wählen zwischen einer Inflation oder einer Rezession. Im Zweifel wird er wahrscheinlich beides drücken oder sich gegen die Rezession entscheiden. Ist ja schließlich Wahl, ja. Aber warum diese Sorge konkreter wird, das hat heute der New York Empire State Index gezeigt. Schwach, minus 20,9 erwartet, minus 7,0. Aber vor allem hier, die Preise sind wieder deutlich gestiegen. Selling Price Pressure, also Steepen, Pickup for a second straight month. Also wir sehen, die Preise steigen, aber der Index ist negativ. Das heißt, das Business schrumpft, aber die Preise steigen. Und die Wall Street nimmt das immer relativ ernst, diesen New York Empire State Index. Weil wahrscheinlich das aus der Region ist, also aus dem Bundesstaat New York. Da guckt man genauer hin, vielleicht als auf den Philadelphia Fat Index. So oder so, wir hatten ja heißere Inflationsdaten, heißere Erzeugerpreise. Und die große Sorge ist, dass nicht nur die Inflation jetzt im Dienstleistungssektor ist, sondern auch in den Gütersektor wieder zurückkehrt. Und diese Sorge drückt sich aus den steigenden Anleiherenditen. Da sind wir bei der maßgeblichen 10-jährigen Staatsanleihe an der Marke von 4,3%. Da könnte ein Ausbruch bevorstehen in Richtung 4,5%. Und das dürfte die FED nicht kalt lassen, diese Daten. Nächste Woche ja die Sitzung der FED, das wird extrem wichtig. Denn bisher seit Mitte Januar sind die Zinssenkungserwartungen deutlich nach unten gegangen. Normalerweise läuft das parallel mit dem S&P 500. Aber man hat die KI und ist eben immer weiter nach oben gelaufen. Hat sich nicht drum geschert. Jetzt aber der nächste Rückschlag. Laut FED Fun Futures ist die erste vergleichsweise sichere Zinssenkung nicht mehr im Juni, wie zuvor noch gedacht, sondern jetzt auf den Juli sogar verschoben. Das heißt, es dürfte noch länger dauern. Man sieht so diesen Juni vielleicht so als 50-50-Geschichte. Sicher ist man sich oder optimistischer ist man sich da erst bei der Juli-Sitzung. Dann kommen wir schon an die US-Wahl ran Anfang November. Aber da ist dann noch eine Sitzung im September. That's pretty much it. Und das große Problem, das Biden hat und das vor allem die FED hat, ist, dass Befragungen zeigen, naja, die Amerikaner, denen ist es egal, dass die Wirtschaft ziemlich heiß läuft oder dass die Wirtschaft ziemlich gut läuft. Was sie wirklich stört, wie hier der Atlantic mit einer Umfrage zeigt, ist, dass sie wahnsinnig hohe Preise haben. Und dass sie sozusagen Biden eben für die wirtschaftliche Entwicklung keinen Credit geben, sondern vorwiegend eben diese steigenden Preise im Blick haben und sagen, das geht so nicht weiter, weil eben das Preisniveau inzwischen zu hoch ist. Und wir sehen hier bei den geringeren Einkommensschichten, also bei den Leuten, die wenig verdienen, geht die Delinquency Rate stark nach oben. Das heißt, die Kreditausfälle, die nicht mehr können, die Kredite nicht mehr bedienen können. Und das alles ist ein Riesenproblem, eben diese Unzufriedenheit mit den Preisen von Joe Biden. Und der hat jetzt ein Tief bei der Zustimmungsrate von 37,4%. Hilft dir nichts, wenn die Wirtschaft gut läuft. Clinton hat ja mal gesagt, it's the economy stupid. Jetzt müsste man sagen, it's the inflation stupid. Und wenn die FED jetzt noch anfängt, die Zinsen zu senken, was passiert dann mit den Preisen? Das wird nicht besser, würde ich mal vermuten. Schauen wir uns mal auch an, bestimmte Trends. Ein Faktor, warum Biden seine Probleme hatte bei vielen Amerikanern, ist ja auch die Immigrationspolitik. Jetzt ist zum Beispiel Tyson Foods, großer Nahrungsmittelhersteller in den USA, der hat 1.200 US-Mitarbeiter entlassen. Und jetzt offenkundig Migranten eingestellt, die kürzlich erst über die Grenze gekommen sind. Die sind natürlich viel billiger. Die FED toleriert das oder kalkuliert das zumindest ein bisschen ein, indem man sich sagt, naja gut, dann steigen die Löhne wenigstens nicht so stark, sodass der Inflationsdruck dann nicht ausartet. Hier wollte ich noch zeigen, bevor Sie den wunderbaren Cheromi sehen, dass gerade im mittleren Management derzeit stark Stellen abgebaut werden. Also wir sehen, da tut sich was. Da ist durchaus der Arbeitsmarkt schon in Bewegung, der wahrscheinlich viel schwächer ist, als die Daten suggerieren. Aber trotzdem kannst du jetzt die Zinsen senken. Auch wenn wir erste Anzeichen sehen am Arbeitsmarkt, der hier ein nachlaufender Indikator ist, also immer relativ spät reagiert. Wenn du gleichzeitig hier solche Phänomene hast, der sogenannte Geobodencoin, Ähnlichkeiten mit Bitcoin sind rein zufällig, ist wieder 300% gestiegen. Und der Dog with that, das ist wahrscheinlich eine Anspielung an den Dogecoin und Egon Musk. Also wie kannst du hier die Zinsen senken, auch wenn du dann eben diese Euphorie, diese Gier siehst an den Märkten. Deswegen ist die Geldpolitik eben alles andere als restriktiv. Wie Paul kürzlich gesagt hat, wir sehen hier mal, Bitcoin hat jetzt sogar Gold als Bestandteil in Investorportfolios überholt. Wir hatten ja jetzt 4,3,4 Milliarden Dollar, die in Kryptofonds zugeflossen sind. Und dann haben wir natürlich noch den genialen Schaufelverkäufer. Da wird es ja am Montag eine Nvidia-Konferenz geben, wo er über AI, KI sprechen wird. KI, KI, KI. Liebe Leute, Gold ist die Zukunft. Ihr müsst Goldschaufeln kaufen. Ihr werdet alle reich. Geht suchen. Kauft meine Schaufeln. Natürlich wird er das sagen und wird die wunderbarste aller Welten vorstellen. Alleine die Realität sieht anders aus. Haben wir jetzt bei den Zahlen von Adobe gesehen. Dazu gleich mehr. Und die Leute, die springen rein. Hier sehen wir die Zuflüsse in Semiconductor ETF, hatte ich schon gezeigt. SMH, unfassbar, was da reingeht. Und wir sehen, wir sind aber jetzt schon ein Stück weit runtergekommen von diesem Fahnenstang-Chart, der Anfang März bei diesen Halbleitern, also Chip-Werten, begann. Jetzt ist es wieder da, wo wir Anfang März sind. Alle sind gierig. Ja, wir sind den Goldrausch. Wir glauben an das Gold. Wir wollen alle reich werden. Adobe, jedenfalls diese US-Tech-Konzerne, der ist nicht reich geworden. Gestern die zahlen die Aktie 15% im Minus um und bei. Weil eben man zwar viel KI integriert hat, aber man verdient kein Geld damit. Ja, sowas. Ich habe gedacht, alle werden reich. Auch die Firmen werden reich. Scheint doch ein bisschen schwieriger zu sein. Außerdem fürchtet man hier Konkurrenz durch andere KI-Anwendungen, schnipp und schnapp. Und das könnte ja auch vielleicht für die eine oder andere größere Tech-Firma auch gelten, könnte man sich denken. Aber egal, nachdem wir letzte Woche oder vorletzte Woche starke Abflüsse aus Tech-Werten gesehen haben, haben wir jetzt in der letzten Woche wieder starke Zuflüsse gesehen wegen KI und so, meine Damen und Herren. Und hier sind vor allem die Vermögensverwalter massiv long. Höchste Longquote hatte ich schon gezeigt seit November 2021. Und jetzt raten Sie mal, in welchen Werten die besonders drin sind. Könnten die mit KI zu tun haben? Nein, natürlich nicht. Die kaufen, weiß ich nicht, alles andere als Tech. Ist ja klar, niemand kauft Tech, niemand ist gierig. Und dass sowohl hier die Erwähnungen von KI in Corporate Transcripts im Russell 3000 abgenommen hatte zuletzt im letzten Quartal. Mal sehen, wie es im ersten Quartal wird. Und interessanterweise ist auch der Nasdaq in Relation zum S&P 500, also die Tech-Werte in Relation zum Gesamtmarkt, könnte man sagen, aus seinem Aufwärtstrend rausgefallen. Nasdaq heute auch wieder schwächer als der S&P 500. Und China heute mit der Aussage, wir werden unsere Elektrofahrzeugehersteller, also BYD und Konsorten, stark dazu ermuntern, das heißt zwingen, keine US-Chips mehr zu kaufen, sondern eben chinesische Chips. Denn das, was die Amerikaner da noch liefern, ist so abgespeckt, das können die Chinesen inzwischen auch. Und ist vor allem deutlich günstiger. Heute ja großer Verfall, 5,3 Billionen verfallen. Heute ist ja gar nichts, gell? In verschiedensten Kategorien, Index, Futures, Stock, bla bla. Sparen wir uns jetzt Optionen vor allem natürlich. Und nächste Woche wird dann wichtig, oder erstmal wichtig, naja, dann werden die Karten neu gemischt. Ich denke, heute ist vieles dadurch erklärbar, dass die Dealer, also die Verkäufer, diese Optionen ja meistens Calls verkaufen oder die Leute gerade auf Nvidia und Co. Calls kaufen, also auf steigende Märkte spekulieren. Die Dealer, die gegen den Kunden wetten, müssen sich absichern, kaufen das Anerleihenkaufen, also die Nvidia-Aktie. Das wird heute abgebaut, weil eben ja heute viele dieser Optionen zum Beispiel verfallen, dann brauchen sie die Absicherung nicht mehr. Nächste Woche dann Nvidia, nachbörslich am Montag und die FED am Mittwoch, das wird entscheidend. Und entscheidend auch, wir haben eine sehr lange invertierte Zinskurve jetzt. Und viele sagen ja jetzt, diesmal ist alles anders, kein Rezessionssignal aus Gründen, die ich mir noch überlege. Und hier sehen wir, dass wir jetzt die längste Inversion haben und gleichzeitig die Aktienmärkte nie länger gestiegen sind, als jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, seit wir invertiert sind. Muss nicht heißen, dass es ähnlich kommt wie sonst immer. Aber es besteht zumindest die Chance, meine Damen und Herren, dass es kommt wie immer. Und wir haben ja ein ziemlich brisantes Umfeld. Wir haben stagflationäre Tendenzen. Die Zinserwartung wird immer weiter nach hinten geschoben. Wir sehen, dass man mit KI vielleicht doch nicht so viel Geld verdient. Wer hätte das gedacht? Kann doch keiner drauf kommen, oder? Also, dass doch nicht so viel Gold gefunden wird und alle reich werden. Das war doch immer so, dass an der Börse alle reich geworden sind, oder? Haben Sie es jemals anders erlebt, meine Damen und Herren? Und jetzt haben wir noch ein weiteres Stagflationsrisiko. Wir haben gesehen, Öl hat sich besser entwickelt als der Nasdaq. Und jetzt, sagt Israel, hat Netanyahu genehmigt die Operation in Raffach, wo ja derzeit ungefähr 1,5 Millionen Palästinenser sich aufhalten, die aus dem nördlichen Teil Gazas geflüchtet sind. Man will zwar jetzt einen Korridor machen, damit hier viele raus können, aber man will nach Raffach rein. Und das ist die rote Linie, die beiden Netanyahu gesetzt hat. Das ist auch die rote Linie, die viele arabische Länder gesetzt haben. Und das könnte also die Spannungen noch weiter verschärfen mit einem dann weiter steigenden Ölpreis. Und dann die Zinsen zu senken, könnte nicht gute Idee sein. Die Chinuesen haben auch ihre Probleme. Wir sehen China Lone Growth. Also das Lohnwachstum nicht vorhanden. Wir haben das schlechteste Wachstum, was Kredite betrifft. Und das ist ja Liquidität, die auch durchaus später dann, sagen wir mal, weltweit global eine Rolle spielt. Wir sehen, dass die Kreditnachfrage nicht da ist. Kein Wunder, die Chinesen werden ärmer, weil die Hauspreise weiterfallen. Das sehen wir hier. Fast durchgängig sind die Hauspreise gefallen. Und da das Vermögen der Chinesen weitgehend in Immobilien ist, heißt das, die werden immer ärmer. Wir sehen deswegen einbrechende Verkäufe etc. Trotz der bisherigen Stützungsmaßnahmen. Hat das noch keine Verüchte getragen? Das kann man sich nicht erklären. In Peking. Aber es ist der Fall, oder? So, und dann kommen wir nach Europa. Da hat jetzt Vucic gesagt, ein EZB-Mitglied. Ja, kann schon sein, dass wir die Zinsen schneller senken müssen. Nein, weil die Wirtschaft schwach ist. Und besonders, wo? In Deutschland. Ha, Deutschland. Wir haben da ein grünes Wirtschaftswunder. Wie kommt denn der Mann da drauf? Da müssen wir mal einen Verweis hinschicken. Geht zu dem Mann, der Vucic. So geht das nicht. Der glaubt offenkundig nicht an unser grünes Wirtschaftswunder. Aber einer glaubt an. Der Roberto, der hat eine Rede gehalten, die, sage ich mal, jeden Dadaisten blass werden lässt. Eine so chaotische, so verwirrende, so sinnfreie Rede habe ich, glaube ich, noch nie gehört von einem Politiker. Zumindest nicht in den letzten Jahren. Das ist wirklich erstaunlich, was der gute Mann da gesagt hat. Der Staat irrt sich nie. Dann fabriert er von Baugenehmigungen. Blah und blub. Und überhaupt sind wir ja auf dem richtigen Weg. Die Zahlen sind gut. Zum ersten Mal überhaupt zeigen die Zahlen, Deutschland ist auf Kurs. Ja, auf Kurs Richtung Mauer. Würde ich sagen. So wirtschaftlich nicht. Aber Hauptsache wegen die CO2, nicht wahr? Da ist ja das Entscheidende, wenn wir dann in der Höhle dann uns am Feuerchen erwärmen, nicht wahr? Ist ja auch schick. Ist mal wieder soziale Wärme, verstehen Sie? Also das ist schon wirklich ziemlich strange. Und ich will Ihnen die Gelegenheit geben, diese Rede mal sich anzuschauen. Zumindest die Teile, die hier relevant sind. Haben wir bei Finanzmarktwelt dargestellt. Mit einer kurzen Zusammenfassung und dann genau den Hinweis, wo Sie bei dem Video einsteigen sollten, um sich das anzuschauen. Das ist echt Dadaismus. Und zeigt, dass der Mann mit Sicherheit nicht unsympathisch ist. Das will ich überhaupt nicht sagen. Es gibt Leute, die sind viel unsympathischer als der gute Robert, aber er hat von Wirtschaft halt null Ahnung. Und das ist schlecht bei einer Industrienation. Wenn Sie das cool finden, diesen Artikel cool finden oder sagen, das sollten auch andere sehen, bitte teilen. Oben sind ja diese Social Media Button, wenn Sie den Artikel anklicken. Erste Empfehlung und Obacht. Zweite Empfehlung. Ja, die Zinsen könnten vielleicht doch später sinken. Seit 2022 wetten die Märkte drauf, dass die Zinsen sinken. Tun irgendwie nicht. Was ist da los? Also die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Ich empfehle mich jetzt auch, kuriere mich aus und ich hoffe am Montag wieder fit zu sein. Schönes Wochenende. Servus. Ciao.